Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute muss ich Sachen erwarten. Dann fangen wir mal an. Mal sehen, wie erfolgreich ich bin. Oder auch nicht. So, Augen zu, Santi. Alles zu. Nummer 1, Hand auf. What's that? Das ist eine Gummiente, eine Badeente oder sowas. Augen auf. Oh, die ist ja süß. Ja. Nehme ich mit in die Badewanne. Haha. Okay. Nummer 2, Augen zu. Äh, irgendwie eine CD oder DVD? Ja, Augen auf. Oh, mein kleiner Freund. Guckt mal hier. Die kennen wir doch, oder? Sehr schön. Und das ist Nächte. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das ist was irgendwie aus Gummi. Irgendein Vieh, irgendein Vieh, Ringelschwanz, Schnauze, ein Schwein. Drück mal rauf. Ein Sparschwein. Oh Gott. Aber ein Schwein ist es, ne? Ein Gummischwein. Augen auf. Ah, eine Sau. Aber was ist das? Ein, ein... Es ist also kein Sparschwein, oder was? Sondern einfach eine Grunzesau. Das ist ein Spielzeug für Hunde. Ach so. Also, gut, werden wir mal sehen, ob wir da einen passenden Hund für finden, der sich dann dafür begeistern kann. Juti, weiter. Und das Letzte. Das ist ja wirklich das Letzte hier. Äh? Aber ein Ei, irgendwie so ein Überraschungs-Ei oder sowas. Darf ich auch machen? Ja. Ha! Und auch wieder unser kleiner Gelber. Wie niedlich! Sehr gut! So. Ein, zwei Miner gefunden. Gut. Ein Letztes. Äh. Ist ja noch eine Ente, oder? Eine andere. Aber irgendwie so eine, so eine, so eine Badewanne-Ente wieder. Ja. Gucken wir mal. Die passen doch sogar zusammen. Na? Juli, war ich doch ganz erfolgreich, oder? Dann bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.